Dr. Stonemans Praxis Wo kam er jetzt her? Wuss? I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Dr. Stoneman 505 Hier, Stoneman, Office 505 Das ist kein Büro, das ist eine Praxis bitte So, äh, nö Äh, nö Ach hier Mein Zeit Ja, Sir, dein Name? LAPD, wir möchten Dr. Stoneman sehen Dr. Stoneman ist mit einem Patienten, möchtest du warten? Nein, wir würden nicht. Sag ihm, wir wollen ihn jetzt sehen Es gibt keine Chance, dass du wütend bist Sag ihn, Frau Dr. Stoneman, ich habe einige... ...Gentlemen von LAPD hier, um dich zu sehen Ähm, sende sie in, bitte Ich werde diesen Patienten wieder sehen, nachdem sie zu verlassen Ah, ja Mord Ach so, das ist er gar nicht Dr. Stoneman, wir sind invesstigate die morte von einem Ihrer Patienten, Julia Randall So, Beziehung zum Opfer Ne? So, Beziehung zum Opfer Äh, äh, Patientin bei dir ist Also, ich denke mal, das ist, also... Ich zweifle es lieber an Weiß ich, heute läuft das nicht so gut Weitere Medikation Du hast Julia Randall eine Preskription für Benzedrine Wie kannst du dafür achten? Frau Randall war in der, äh, Fashion-Business Sie wollte ihre Weite kontrollieren Mhm Rezept für Amphetamin-Tabletten ausgestellt auf Julia Randall im Juli 1946 Mhm Möglicher Selbstmord Hm Ich glaube, ich setze jetzt hier mal eine, äh, so eine Institution ein Wir gehen mal auf Hallo Gehst du mal bitte runter? Dankeschön Aha Na gut Benzedrine ist addiktiv As I'm sure you know, Doktor As I warned her But she was determined She said she needed to control her appetite Sounds like you knew her pretty well I knew the line of work she was involved in That'll be all for now, Doktor Stoneman We'll be in touch So Was haben wir hier denn? Nichts bedeutend Nichts bedeutend Ja gut, ok Ok Ist in Ordnung Ist auch nicht Oh, bitte Dieser Frame-Einbrüche unterlassen Irgendwas 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 haben wir da übersehen Und das ist scheiße Na ja Ich hab aber geahnt, dass ich da irgendwas übersehen Aber Ist ja auch ganz normal Der alte Junge ist leid So, über was? Ich weiß nicht Er sah sich nervös, als du gesagt hast, sie tot war Das ist eine strange Reaktion, die ich zu der Tod der jungen Patienten habe Gut, und du fährst uns jetzt mal zum Apartment hin Mach dich mal nützlich Na ja So, ich müsste aber gerne mal wissen, was wir da jetzt noch übersehen haben könnten Huch Das war grad ein bisschen komisch Aber egal So Also gehen wir nochmal hoch Ist jetzt noch irgendjemand hier? Nö Gut, pass auf, dann machen wir das so Alle Hinweise Anzeichen Übrig drei Stück Hä? Moment, also jetzt, jetzt muss ich hier draußen mal irgendwas gucken Oder müssen wir hier vielleicht noch weiter hoch? Nö Was auch scheiße ist, dass es hier kein, ähm Dings mehr angezeigt wird Hier der Kompass Beziehungsweise die Kartenansicht Aber was soll man denn da jetzt noch übersehen haben, bitte? Also das hätte ich ja mal gerne gewusst Ja, die hatten wir ja schon Hm Nein, die hatten wir schon, du Spaten Äh Also Alter, wenn nicht gleich diese Frame-Einbrüche aufhören hier, dann raste ich aus Was? Oh, Kumpel, lass mich vorbei! Du kriegst ja eine Kugel im Kopf Meine Fresse Ich bin gestoppt Ideen? Im Abfluss? Im Abfluss? Im Abfluss rumstöchern? Hä? Ja, schön, hier kann ich nichts machen Ich glaube, das ist Buggy Also anders geht das gar nicht Hey Leute, wisst ihr was? Ich werde nochmal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen Ich mach das nochmal alles von vorne Das scheint hier irgendwie Buggy zu sein Ich komm hier ja jetzt nicht weiter Also wir sehen uns gleich wieder, bis gleich! So meine lieben Freunde, da bin ich auch schon wieder zurück Ist immer noch dasselbe Problem, was ich vorhin auch schon hatte Ähm, ich hab keine Ahnung, ob diese Mission irgendwie verbuggt ist oder sonst irgendwas Wenn das jetzt wieder nicht klappen sollte Beziehungsweise wir werden jetzt erstmal zu einem, äh, anderen Tat Was heißt Tatort Zum anderen Ziel erstmal hinfahren Und vielleicht kommen wir da dann irgendwie weiter Und vielleicht kommen wir da dann irgendwie weiter Über was? Ich weiß nicht Sie sah aufgeregt, als du gesagt hast, dass sie tot war Das ist eine strange Reaktion, die ich hatte Das ist definitiv die eigene Patientin So Und du fährst uns jetzt erstmal hier Achso, hier bei der Stormwind-Praxis sind wir jetzt fertig Das ist ja schön Hatte ich vorhin gar nicht drauf geachtet Wir fahren jetzt einfach zu der Damen-Boutique hin Vielleicht kommen wir ja da jetzt mal ein bisschen weiter Habt ihr gemerkt, wie die Kroker nur die Physik-Patient-Privilege-Karte auspüren, wenn sie etwas zu schützen haben? Es gibt bestimmte Dinge, die Leute haben das Recht, privaten zu halten Bis es in den Weg geht, dass es die Polizei arbeitet Und es ist nur privaten, wenn es ihnen klappt Ein paar Trinken und jeder Doktor, die ich mitgebracht Spillt deine darkesten Secrets in einem Herzblatt So, und wenn ich da jetzt auch nicht weiterkomme, dann werde ich mal in eine Komplettlösung reingucken, weil langsam reicht es mir nämlich So, mal gucken, was wir hier erreichen können Meine Güte So, die Prem sind, glaubt ihr, auf 14, dankeschön, super Bin begeistert Auf 11, mhm So, Arbeitsgeschichte des Obfass Wie lange hat Julia gearbeitet als Modell? Sie gearbeitet in New York, bevor sie hier kommen Sie war eine sehr schöne Mädchen Ja, die sieht aber... Also sie guckt jetzt nicht mit den Augen irgendwie weg, oder sie ist jetzt nicht so nervös Wir gehen mal auf Wahrheit Könnt ihr uns, warum du die Frau Randall gehen lässt? Husbands sometimes come in here with their wives When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses The wives weren't happy and neither was I Mhm Did she have any close friends here? Actually, yes, Heather Swanson Would you like to speak with her? I'd like that very much Please don't inform her about Ms. Randall's death Very well, Officer Heather These gentlemen are from the LAPD I'm Detective Phelps, this is Detective Earl I understand that you worked with Julia Randall, Ms. Swanson? Yes, Julia helped me get my job here She's not in any kind of trouble, is she? She's a hell raiser, isn't she? Lives a fast life Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't She's full of life, full of wonderful company That's a lovely engagement race Do you like it? Henry gave it to me I'm very interested in engagement race Do you mind if I take a closer look? That's some pearl, Ms. Swanson Would have cost Henry a fortune He must really love you So, Beziehung zum Opfer How did you meet Julia? I was introduced through my fiance, Henry Arnett Henry is your beau Tell us about it Yes, he is Henry has a fashion business He and Julia have been friends for years Are Ms. Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? Good, also den Mr. Henderson kennt sie nicht Sieht aber auch sehr sicher aus, also ich denke mal auch, dass das die Wahrheit ist She was wearing a sapphire engagement ring, someone must have given it to her She never mentioned a man named Henderson to me Okay That's all for now, Ms. Swanson Could you ask your fiance to visit Hollywood police station? It would be very helpful to our inquiry Now, wait a moment I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions Julia Randall was found dead this morning What? Oh no Oh no Oh, I can't believe it She was so full of life Yeah Ja Ist leider jetzt alles Geändert worden Jetzt ist er leider tot Wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier noch so Gedingsten können Phelps, Batch 1247 How could I help, Detective? Messages, please Yes, Detective The coroner has been asking to speak to you I can connect the call if you like Please, thank you Mal? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy Sure thing, Mal, we'll be right over So Okay, dann fahren wir jetzt Wow Dann fahren wir jetzt erstmal zum Leichenschau-Sinn Also wir kommen doch erstmal ein bisschen weiter, das ist ja wunderbar Einmal zur Zentralklinik Ich möchte drehen! Du Arsch Leitballerein, jawohl, immer druck Nice move, not telling old sweet lips in there about her friend taking a big jump until we were half out the door Very slick I figured we'd get more out of that way You're learning Phelps We'll make a ice cup out of you yet Tja, natürlich lerne ich dazu Hallo, ich bin hier, äh, im Sittendezernat Das ist meine eigene Sitte, äh Ich hab meine eigene Gangster, äh, Dings hier aufgebaut, ne? So, Frames sind grad mal wieder auf 12, das ist toll Aber wir sind ja auch schon da Er will Macher Hollywood Zentralklinik So Eia! Der Pempel ist daaa Ach, hier bist er Weh-hoo! Nicole, Roy, I have some information for you... Na ja! You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms two sets of hands, so we have two killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. Will you go?